Hallihallo Ladies und Gents und was geht? Wir spielen heute wieder maximales Wehtun 3 und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mit der Story an oder machen weiter beziehungsweise. Und ich glaube, der Grund, dass ich im letzten Part, also in der letzten Aufnahmesession so wenig getroffen habe, ist, weil meine Maus so von der Sensitivity so hoch eingestellt war und ja, jetzt probiere ich es heute mal an, dass wir schauen, ob es besser geht. Ich habe nämlich 3600 dpi auf meiner Maus, äh, Standardmesser eingestellt. Und ja. Und ja. Ich bin von langer Rang. Wir waren gut armen Professionale und ich war starten zu fühlen, dass ich entscheidend amatürig fühle. Nein. Puh, okay. Boah, ich bin so Pro. Nein, mein Arm blutet blöd wie verrückt. Meine Fresse. Geh halt weiter, du Pussy. Meine Fresse, geh halt weiter. Also geht doch. At least one of us had a gun now. That raised our chances of survival all the way from nil to slim. Ja, jetzt merkst du dich nicht so an. Vorher hast du auch ne Menge Einschusslöcher. Toll, die ganzen Bisschen. Das war es. Mein easy Retirement-Money. Mein Blutstained 401k. Eine Chance, zu frei trinken, während die Socialitee rund um die Stadt zu trinken. Und zu sicher, dass die jungen Menschen nicht zu nahe kommen. Die Brochüre sicher nicht mehr davon davon nennen. Der labert zu viel, er kann nicht so wenig labern. Wie unfair. Ja, ja, Bro, ich komm schon. Chill. Chill your life. Lass baumillen. Oh Gott. Warte mal einen Moment. Oh, kein Problem. Keine Angst, ich geh schon nirgends hin. Oh, kein Problem. Keine Angst, ich geh schon nirgends hin. Oh, kein Problem. Jetzt geh halt. Keine Angst, okay? Oh, kein Problem. Na. Da. O Nach Deutschland. Keine Angst, kein Problem. Keine Angst, kein Problem. Hopefully nicht. Keine Angst. Boah, was für ein Pro. Letzte Orakel, Max Payne 3. Deutschland wird gegen Griechenland gewinnen. Ich sage 4-0. Äh, 4-1 meine ich. Nein, 4-2. Welche Idee war das denn? Ja, ich wundere. Ist das schlecht? Es könnte viel schlimmer sein. Danke. Ich würde sagen, amputieren. Arm ab. Das ist Ihnen nur die linke Hand. Okay, mach dich nicht. Also was jetzt? Wir machen sicher, dass die rechten Kläne ihre Geld bekommen. Was ist das? Wir versuchen, die kleine Wien und Cheese zu spüren. Ich habe keine Ahnung. Das ist Sao Paulo, Bruder. Es könnte jemanden sein. Ja, jemanden mit den Angriffen von Snipern, und Trained Killern. Das ist wahrscheinlich jeder. Great. So, was jetzt, Einstein? Ich denke, wir bekommen diese Comando Sombra, ihre Geld. Und wir wissen, dass wir nicht versuchen, sie zu schützen. Fabiana? Sie wird nicht zurück in so gut Form. Oh mein Gott. Okay, okay. 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 Ah, jetzt habe ich wieder Polizei. Was? Der ist auch immer nicht tot, der Verzack. Denn die Eier halt. Ich bin aber fast tot. Meine Fresse. Ich bin aber nicht tot. Ich bin nicht tot. Ich bin 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 tot. Du weißt nicht mehr. Aber er könnte uns sagen, was es trotzdem passiert ist. Du dumm. Du dumm. Was ist damit passiert? Was hat uns außerdem unterbrochen? Wer hat uns gegen die Flüchtlinge getroffen? Das sind die Flüchtlinge? Er ist dahin. Wir sind nicht so lustig, dumm. Wieso? Du dumm. Du weißt? Du weißt du. Das ist der Juni! Yay, Freunde! Oh, ist der Lipploch? Schieß halt! Was sagt mir, dass wir in der richtigen Richtung gehen? Entschuldigung hier, ich versuche dich! Komm, lass uns! So, jetzt. Okay, das passt wieder. So, wieder Muni aufheben. Ah, der hat eine Wuzi, die ich nicht brauche. Der hat eine Muni. Ich glaube, ich wechsle mal wieder auf Pistole. Ich gebe dir die Shotgun zu schnell aus. Wollen wir das machen? Scheiße! Boah! Der war knapp. Okay? Schon wieder überall Einschusslöcher, der Typ. So, ich glaube, wir haben Shotgun Muni bekommen. Nein, Shotgun bitte. So. Ja, jetzt chill halt mal. So, wir sind die einzigen, die hier gefangen sind. Wer ist diese Leute auf? Ich weiß nicht mehr, was zu denken. Diese Stadt hat mehr Gäste und Spiegel, als eine Stripclub-Locker-Runde. In da, in da! Fussball! Das war's. F***! Jo. Sie sind nett genug. Sie sind nett. Sind sie Köpfe? Du sagst mir. Ich glaube nicht so. Oh Gott. Was? Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und der ist tot. Nein verdammt. Bullet Time. Aber die haben Bar die Orme an. Das finde ich gar nicht gut. Aber kann ich die Shotgun nicht nehmen? Oh mein Gott. Er lebt nicht mehr oder? Ja. Hey du Pimmel. Geh in Deckung. Jetzt geh halt dann in Deckung. Meine Fresse. Alter Schwede. Alter Schwede. Was haben die für ne geile Waffe. Was haben wir hier? Auch die gleiche Waffe. Ja klar nehmen wir doch. Ja jetzt chill mal. Lass baumeln Junge. Anhaltend. K�서 Scripture.